hey ho ladies und verehrte gentleman was geht bei raffi am schlüssel wir haben kures feder ist das nicht cool richtig geil man ich finde dass ihr eingeschaltet habt freut mich echt so letzte folge haben wir es geschafft über den trauer pass kure zu verscheuchen aber ich muss mal ganz kurz schauen ich habe mich übrigens und was soll ich mich jetzt fragen ich bin gerade konzentriert ich frage mich ob ich bin verloren komisch naja nichtsdestotrotz schön dass ihr wieder dabei seid so jedenfalls können wir mit der feder jetzt hier rechts irgendwie auch ein paar so sachen machen wo wir eigentlich bislang hinfliegen müssten und so geht um das nix wir wollen oder ich wollte es eigentlich nur ganz kurz schon bevor es weitergeht hier können wir ganz easy noch mal nach oben das freut mich doch sehr sogar so sehr ich muss nicht hier durch komm 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 schade da könnte ich sogar hochkommen mit meinem trippel sprung war die frage ob das so gedacht ist aber egal ok hast du gedacht cool das parkour wäre inzwischen schon so schwer dass man nicht weiß ob man da hoch soll oder nicht ich weiß wir haben halben lebens punkt da fuk wie komme ich da oben irgendwie irgendwo hin das sind doch überall spikes oder da sind überall spikes ja ok hm hier ist nirgends irgendwie ein luftzug oder so na gut dann haben wir da oben erstmal alles gefunden glaube ich ok dann schauen wir weiter wir können mit kurus fehler jedenfalls irgendwie im luftzug äh dingsen schweben oh ist das süß oh man der dunst des nebelforst war für alle ein trügerische falle wer sich darin verlief tauchte nie wieder auf ah schau mal ok unser stampfen macht auch die die teile kaputt diese spawnen warum brennt hier alles alter ist das trippy scheiß viech okay das finde ich halt gar nicht nett was hier abgeht wird mir gleich schlecht von dem zeug das war ja easy so da komme ich ganz easy durch und wir haben keine mini mehr ab jay oh was ist das denn bitte will ich sein hören ich glaube schon wir haben uns mal an was er zu sagen hat oder wir haben uns nicht an was er zu sagen hat habe ich gerade irgendwie was verkackt nein habe ich gerade das spiel kaputt gemacht ich will nicht oder soll das nicht auszusehen durch das weiter rennen irgendwie das spiel geglischt habe ich hoffe es einfach mal nicht ähm vielleicht reloaden ja aber das richtig kacke 52 prozent sind wir schon hm hm ich hoffe mal einfach dass es nichts wichtiges war müssen wir in die kommentare schreiben aber vielleicht ist es halt wirklich nur story gewesen schaut aber schon wichtig aus eigentlich wahrscheinlich ist bestimmt irgendwas wichtiges für ein puzzle oder sowas scheiße das finde ich jetzt gar nicht cool oh es gibt ja vierigkeitspunkte ich will dich hören sein hm hm verlass mich nicht vergrößere den radios und versuche schon bei stampfen ok schneller abzufeuern das hört sich gut an was erhöht die wird die ausbeutet bei ge- achso geisterlich dann ok ja wir gehen jetzt einfach mal auf angriffen komm her fühle mein neues stampfen krank geht richtig ab jetzt den könnten wir auch übelst farmen der gibt 59 xp das ist eine hälfte von so einer energiezelle oder so einer xp kugel das ist auch eine gute investitiverangriff ist auch eine gute investitiverangriff hab ich das gerade umgelenkt lol wie krass ist denn das bitte warum keine ahnung ähm ok 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 wahrscheinlich hat er mir einfach gesagt dass ich schade ah das sind spikes oh mein gott Gegner ich kann nicht sterben speichern danke ok aber durch stampfen können wir die schüsse umleiten jetzt ich weiß nicht ob das schon immer so war oder ob wir das gerade erst bekommen haben ok das gibt's nicht ich lasse diese Viecher oh hier ist das trippy ganz ehrlich und nochmal von vorne und nochmal von vorne bin ich hier richtig so wo geht's weiter aber ich habe ja die feder gell die darf ich nicht vergessen die darf ich nicht vergessen ähm speichelpunkt wo geht's denn hier hin ich brauch nicht mal die fehler erstmal in die spikes reinschmeißen erstmal in die spikes reinschmeißen so und die fehler vergesse ich immer ganz weil ich glaube bei denen das die part den wir gerade hatten wo wir auf die viecher warten mussten bisschen schießen da hätte ich einfach die fehler benutzen können damit ich ein bisschen mehr in der luft bleib hallo 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 jungs hier hat sich was verändert das fände ich nicht sehr nett das ist süß wie auch jeder das da dran hängt so putzig durch das stampfen kann man echt die teile kaputt machen das ist richtig leise die vom nebel in die irre geleitet verliefen sie sich im wald da wäre ich hoch gekommen weil es wie ich noch da gewesen wäre ich sollte aufhören die viecher immer gleich zu töten zuerst schauen ob irgendwie in der nähe was ist was ich brauche für was ich die viecher brauche würde ich sagen ok was ist das atsus fackel hier ging sie also verloren wenn wir sie zur verhüllten laterne tragen zeigt sie uns vielleicht den weg ok ich hoffe mal später für die 100 prozent ist hier alles wieder offen so die frage wie komme ich denn komme ich hier durch habe ich inzwischen schon nein habe ich nicht vielleicht ein ultra mega super stampf pass auf bam bam und schade ja ok da hat sich wieder was verändert das heißt wir müssen ab und zu einfach mal ein bisschen vorwärts und rückwärts rennen ja das ist schaut neu aus ich habe schon mal gesagt dass mich diese dich an kotzen mach doch jetzt einen schuss genau dahin wollte ich danke ich kann in der nähe von feinden keine seelenverfüllung machen lass mich durch platz ok nichts besonderes hier mal Kein Kommentar zu dem, was gerade passiert ist. Okay. Teilweise habe ich halt echt keine Ahnung, was abgeht, weil einfach so viel passiert gleichzeitig. Nee, von Feinden. Ist klar. Was ist denn dann? Oh, schau mal. Ist sogar was. Wieder die Frage, ihr unten oder oben da? Die große Preisfrage. Hier sind mir viel zu viele Viecher. Ganz ehrlich. Ich finde es praktisch, dass man die so kaputt machen kann. Ach, ich schau jetzt mal unten lang. Okay, da komme ich nicht durch. Brauche ich wieder dieses komische nach oben stoßen. Übrigens, wenn man hier mal in das Menü kurz schaut, haben wir noch so ein paar Hinweise, was wir alles bekommen. Also ich schätze mal, das ist alles nach oben stoßen, das ist irgendwie an der Wand klettern. Und hier haben wir noch ein paar eigenes. Irgendwas mit Vulkanauspuff und so Zeug, also kommen auch einiges auf uns zu. Einfach zwischendrin hier ein Stampfen machen, damit die ganzen Spikes weggehen. Und dann ist alles gut. Das sei denn mal so dumm. Und es fliegt dreimal in die gleichen Spikes. Schade. Hallo? Hi, ein Baum. Darf ich jetzt eigentlich mal sein wieder anhören? Dazu erklommen immer die Berge hoch über dem Trauerpass. Als die Fackel ihres Brutes verloch wurde, sie Opfer des Nebes und verlief sich. Was bekommen wir? Du hast das Klettern erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Schiff drücken und halten, wenn du an einer Wand bist. So kannst du dann über... Cool. Geil. Wir können es sogar einfach festhalten. Krass, ey. Eis. Ja. Okay. Töte mich. Sagte, töte mich. Alter, es gibt schon so viele Mechaniken und Zeugs. Kommen die auch wieder raus? Cool. Das ist richtig nice. Können wir da... Okay, wir können auch schießen. Krass. Oh. Aber wieder, wie das so ein hässliches eines Teil da ist. Ups. Aber ich würde gar nicht wissen, was wir jetzt alles schon wieder für Möglichkeiten haben, dass wir... Sachen holen, die wir bis jetzt hier nicht hatten. Ich baue gerade nur Scheiße. Da oben war ich eh schon. Da hochkomme ich nicht. Ich weiß noch mal, was das für Viecher sind. Ah, schau mal, hier kann ich drauf. Und nächstes Mal, wenn ich springe. Ähm. Ändern die sich. Coole Mechanik. Bisschen nervig. Da unten noch irgendwas. Okay, nein, da ist definitiv der Tod. Ah, ist doch easy. Ah, mein Mann, da ist die Kombos. Okay, der bleibt für immer. Erstmal speichern. Hä? Ah. Was ist das für ein cooler Scheiß? Alter geil. Ich mag das. Ich mag solche Teile. Pass auf, wenn ich jetzt hier zurückgehe, da verändert sich wieder was. Wie ich es halt wusste. Ich weiß mal, ist der gleiche Weg nochmal, oder? Ah, ist nochmal das gleiche. Fähigkeitspunkt habe ich noch nicht. Oh, so putzig. Das kann ich hier unten nehmen. Ist das ein Insta-Kill eigentlich, wenn ich das schaffe? Ich weiß gar nicht. Links war ich schon. Ich schaue trotzdem mal ganz kurz links, ob sich da was verändert hat. Ich glaube fast nicht. Dann gehe ich halt drauf. So. Achso, es ist schon nach dem ersten Sprung ändert sich das. Oh Gott. Ähm. Ah, pass auf. Nein. Hm. Das Puzzle ist schwierig. Also das ist ja noch einfach. Hm. Ah, warte. Ich wollte da nicht drauf landen. Ich weiß schon wie es geht. Und zwar darf ich hier nicht drauf landen. Dann komme ich hier rüber. Gut, dass ich einen Triple Sprung habe. Alter Schwede. Nein. Oh Mann. Wirst du wie lang? Nee. Erstmal einen Speierpunkt setzen. Der Triple Sprung hat mich jetzt schon so oft gerettet. Ist krass. Was? Ich reflektiere nur einen. Warum kann ich nicht alle drei Schüsse zurückschießen? Ist ja viel cooler. Ich habe gar nicht gesehen wie ich das Teil schungliert habe. Wenn hier so ein Teil geflogen kommt und ich stampfe, dann haust es wieder hoch und fliegt weiter. Oh Mann, ich habe noch immer keinen. Keine Map-Übersicht. Der Wald ist echt nicht ohne. Ich glaube, hier kann ich mich einfach festhalten. Äh, okay. Danke für die Lampe. Finde ich sehr nett. Das ist einfach nur ein Speicherpunkt-Area, oder? Dann nutzen wir die doch gleich mal aus. Einfach nur krass. Wie viele wir jetzt inzwischen schon machen können. Wie viele Kombos uns so zeugt. Ich denke, das ist irgendwas hier oben zusammen. Ich glaube nicht. Also ich finde, die hat es wenigstens so gemacht, wenn man zweimal irgendwie die Spikes trifft, dass man stirbt. Also so zweimal hintereinander. Wie komme ich da hin? Man weiß es nicht. Ich hoffe, wie gesagt, einfach mal... Nein. Da reicht es nix. Warum gehe ich trotzdem in die Richtung? Schieß! Ah. Das muss irgendwas mit hier oben zu tun haben. Pass auf. Oder? Ach. Ich habe keine Ahnung. Ich habe erst mal das Teil. Oder auch nicht. Vielleicht ist es aber auch nicht so schlecht, dass man den Spikes ein bisschen länger überlebt. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Weichelpunkt. Zack. Das hier nach oben, oder? Das ist einfach so praktisch. Das festhalten. Krass. Ich habe gar nicht gesehen, wie es jetzt wieder hochgehauen hat. Das Stoßen ist echt cool. Das leitet auch richtig die Schüsse ab. Äh. Der Parkour ist leicht heftig. Also echt, wenn wir die Speicherpunkte nicht geskillt hätten. Wer ist die reinste Hölle hier? Also das wäre Leben, kriege ich die Speicherpunkte. Ich hole dich damit zusammen. Links oder rechts? Rechts. Ja. Da macht das Stamm für viel Schaden. Mann. Krass. Hm. Hä. Aber die werden dann nicht abge... abge... abgestoßen. Komisch. Ja. Ich hatte eigentlich mal gesagt, dass wir hier irgendwann mal irgendwie bei einem Speicherpunkt ankommen oder so. Geht oben ist nix, glaube ich. Oben links. Voll in die Spikes rein. Like up, aus. Oh Mann. Wisst ihr was? Wir machen mal hier kurz einen Speicherpunkt. Ich glaube es dauert nämlich noch ein bisschen länger, bis wir dort ankommen. Äh. Ja. Der Nebelforst ist jetzt jedenfalls schon mal eine ziemlich heftige Area. Trotzdem nicht. Ich komm ganz gut durch, oder? Schlag mich ganz gut, finde ich. Was meint ihr? Schon, gell? Also. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Like da lassen. Würde mich freuen. Ansonsten hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Hier war es euer Raffi. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Haut da rein. Over. I doubt. Tschüss.